Hallo und willkommen zurück bei Quintech. Ich stehe wieder zwischen meinen Patreon-Unterstützern. Ich kann die Kamera leider nicht wirklich so ausrichten, dass auch Glendern auf dem Bildschirm ist, weil ansonsten schneide ich einen Patreon-Unterstützer, nämlich den Voltry. Deshalb muss ich mich immer so ein bisschen merkwürdig hinstellen, aber egal. Wie ihr seht, ich habe eine Glowstone-Chestplate und die habe ich zwischen den Aufnahmen bekommen, als mich etwas angegriffen hat und der hat diese Chestplate gedroppt. Also eigentlich nichts Dramatisches, wenn wir mal gucken hier, die ist fast kaputt. Also das ist nichts Cheatiges eigentlich im weitesten Sinne. Was ich gemacht habe, ist Optifine zu installieren. Denn nach der letzten Aufnahme hatte ich ein paar Performance-Probleme. Das liegt vielleicht daran, dass ich die Basis ein bisschen komplexer gemacht habe, dass da jetzt Maschinen sind, dass der Tinkers-Construct-Furnace wächst. Ich habe es installiert, das gute alte Optifine und es läuft wie sonst was. Und erfreulicherweise haben wir hier auch keine Probleme mit flimmernden Texturen, weil die Lava und der Seared Tank im gleichen Block-Space sind. Und normalerweise kämpfen die Texturen darum, welche oben ist und welche unten ist. Und da sieht man immer den Lava-Block durchflimmern. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Also es scheint gefixt zu sein. Es funktioniert ganz hervorragend und ich habe deutlich bessere Performance. Wir haben ja Holz abgebaut und deshalb werden wir das hier jetzt gleich mal ändern in drei Carpenters-Hedges. Weil das will ich unbedingt machen, damit wir hier einen schöneren Eingang haben. Müssen wir mal kurz gucken. Ähm, hoppala, brauchen wir Carpenter. So, und zwar Carpenters-Hedge. Wow, das ist aber teuer. Na gut, Sticks und Holz brauchen wir. Da haben wir ein bisschen Holz. Und da haben wir noch Sticks, das sollte eigentlich reichen. Wir haben wie gesagt relativ viel Holz bekommen. Darf man nicht unterschätzen, das bisschen, was ich hier mit der Battle-X abgebaut habe, ist tatsächlich ziemlich viel. Ja, wir nehmen mal ruhig ein paar mehr. Und dann bauen wir hier drei Carpenters-Hedges. So. Gut, und die setzen wir dann dort in den Boden. So, so und so. Und die Standard-Textur ist ohne Griff. Das heißt, ich brauche auch kein Hammer-Craften. Und wir setzen jetzt die Textur einfach mit diesen Planks. Und dann ist der Eingang plötzlich komplett weg. Das ist vielleicht ein Problem, weil es sein könnte, dass ich ihn dann nicht wiederfinde. Also, ich weiß nicht, ob ich mir da noch irgendwas überlege. Vielleicht könnte man da einen Zaun drumherum machen. Ein Carpenters-Barrier. Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht lassen wir das auch so. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher drüber. Ich denke mal, wir lassen das erst einmal so. Sollte man eigentlich wiederfinden. Wäre natürlich ganz schön, wenn ich da nicht drüber bauen werde oder so. Nicht, dass da irgendwann mal eine Maschine steht und ich komme nicht mehr rein. Was ich auch gemacht habe, ist hier noch eine Chest zu platzieren. Denn wir haben ja jetzt Holz. Da kommt der zweite Output von Pulverizer rein. Also das Sulphur hier. Der Output gelb. Der ist auf der linken Seite. Und hier dieses Setup. Das kennen wir ja so weit. Hier ist kein weiteres Deal drin. Weil hier die Kohle fehlt. Und dem fehlt auch die Kohle. Und dem fehlt auch die Kohle. Und ich glaube, wir haben auch tatsächlich keine Kohle mehr. Und deshalb wollten wir doch 13. Und deshalb wollten wir diese Episode losgehen und noch mehr Kohle finden. Das ist relativ wichtig. Ich hatte angefangen, meine Ohrs im Furnace zu schmelzen nach der letzten Aufnahme. Hier 54 Copper Ingots habe ich da rausbekommen. Aber dann ist mir so aufgefallen, hey, das wollten wir doch gar nicht machen. Wir wollten das doch in Mechanism machen. Deshalb habe ich damit aufgehört. Es ist schön, dass der Furnace so groß ist, aber wir brauchen es eigentlich nicht. Ich werde jetzt trotzdem die restliche Kohle hier noch in den Pulverizer geben. Dann können die mit dem Strom arbeiten, den sie halt noch zur Verfügung haben. Der sollte eigentlich genügen, um das alles umzuformen. Obwohl der Induction Smelter braucht relativ viel Strom. Möglicherweise reicht es nicht. Wir werden sehen. Warte mal, dann können wir dem auch einfach ein bisschen Holz geben. Ja genau, komm, dann kriegt der ein bisschen Holz. Und dann kann der das verarbeiten. Der bekommt keinen Strom. Der bekommt auch keinen Strom. Aber es sollte sich aufbauen, wenn sie Strom benötigen. Also das lassen wir einfach mal machen. Und hier kommt auch schon wieder Steel an. Das ist ganz wunderbar. Und weil jetzt wie so oft Nacht ist, werden wir jetzt einfach mal schlafen gehen. Ist ganz gut, dass es, wenn es regnet, wenigstens Nacht ist, dass wir das überspringen können. Aber dann können wir danach... Moment, 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 Moment. Vielleicht bekommen wir jetzt genug Steel, um einen Hammer zu bauen. Und gehen erst dann los. Wir haben hier sieben. Okay, es ist unwahrscheinlich. Da haben wir vier. Der wird nicht mehr viel weiter arbeiten. Okay, es reicht nicht für einen Hammer. Also brauchen wir hier uns eigentlich gar nicht länger aufzuhalten. Wir könnten natürlich schon die anderen Pattern herstellen. Natürlich ist es richtig, was ihr gesagt habt. Man kann Pattern und Cast in die gleiche Kiste reintun. Ich kann jetzt spät auf Kommentare antworten. Ich nehme hier auf einen Tag, nachdem ich die letzte Session aufgenommen habe. Kann man tun, aber dann wird die Chest recht voll. Also, es kann gut sein, dass ich manche Sachen falsch erkläre, aber ich halte an diesen Erklärungen dann fest, weil sie für mich einfach funktionieren. Das ist so ein bisschen der Grund. Und bitte, wenn ihr ewig lange Kommentare schreibt und auf fünf verschiedene Sachen eingeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich darauf antworte, ziemlich gering. Seid versichert, ich lese alles, aber auf solche riesigen Kommentare, die zehn verschiedene Stellen im Video ansprechen, will ich nicht wirklich antworten. Ich weiß auch nicht, da vergeht mir dann irgendwie so ein bisschen... Wir können uns ausführlich über eine Sache unterhalten oder über zwei, aber wenn dann fünf, sechs Sachen in einer Antwort kommen, dann muss ich auch so eine riesen Antwort schreiben. Da habe ich meistens keine Lust drauf. Bitte seid mir da nicht böse, vielleicht versteht ihr das auch. Also, was wollte ich jetzt? Ich wollte... Ne, hier hinten. Da. Wir brauchen ein Large Plate Pattern und wir brauchen einen Hammerhead Pattern. Wenn wir mal gucken hier, der braucht auch gar kein Tough Buying Ding, der braucht nur zwei Large Plates, Hammerhead und eine Tool Rod. Nur, sage ich, das sind 3x18, 24, 27. Ich brauche 27 Steel, um den herzustellen. Das ist ziemlich ordentlich. Aber wir nehmen uns erstmal noch Cobblestone und stellen noch Casts her. Das habe ich natürlich beim letzten Mal ein bisschen verkackt, weil ich das Aluminum Brass wieder rausgenommen habe. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber gut, was soll's. So, das kann da wieder rein. Das tun wir hier zurück und dann holen wir uns hier irgendwo unser Aluminum Brass wieder. Sollte ich eigentlich noch was von haben? Ein einziges? Ähm, oh ja, doch. Okay, nicht mehr als ein einziges. Dann nehmen wir halt... Wo haben wir es denn? Da ein bisschen Aluminium. Na, vielleicht ein bisschen weniger. Ein bisschen Aluminium und, ähm, vielleicht noch weniger. Und ein wenig Copper. Ich weiß nicht, ob das Mischungsverhältnis 1 zu 1 ist. Also, ich habe keine Ahnung. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch egal. Ich muss das nicht auswendig wissen. Das war auch ein Kommentar. Sicher, man kann jetzt vorsorglich gucken, wie viel man tatsächlich braucht, um Fehler zu vermeiden. Ja, ich kann die Fehler korrigieren, wenn sie passieren. Aber es ist einfach nicht so wichtig. Also, es ist einfach nicht wichtig. Das ist immer so mein Punkt. Natürlich kann man auf tausend verschiedene Sachen achten, aber es hat nicht wirklich Bedeutung. Und da sollten wir vielleicht alle ein bisschen darauf achten, ob es jetzt wirklich so wichtig ist, da und darauf zu achten. Hm, nee, ist es eigentlich nicht. Ich habe keine Lust, jedes Mal das Rezept nachzugucken. Ich habe auch keine Lust, mir das zu merken. Ich werde es einfach machen und gucken, was passiert. Wenn euch das nicht gefällt, dann, äh, dann klickt auf den Dislike-Button und guckt meine Videos nicht. Das ist vielleicht wieder ein bisschen harsche Kritik an Leuten, ohne die ich nicht existieren würde. Weil ohne Zuschauer gibt es keinen Pesti-Kanal. Aber nicht jeder muss meinen Inhalt mögen. Und wenn er, wenn er euch nicht gefällt, dann guckt ihn bitte nicht. So. Ähm, ich glaube, Cricket withered away. Ich weiß nicht, wer Cricket ist. Ich weiß nicht, ob ich hier mehr hingeschrieben habe. Ja, habe ich. Der Electromagnet. Das ist auch eine Sache, die ich bauen will. Das ist so, äh, ein Item-Magnet. Damit man ein, damit man Items, die auf dem Boden liegen, magnetisch anzieht. Und, äh, zum Beispiel nichts in die Lava fallen kann. Sowas will ich auch bauen. So, sechs Nuggets. Da ist noch Copper übrig. Das heißt, wir brauchen noch ein Aluminium, damit es glatt aufgeht. So. Also, gib mir mal noch ein Aluminium. So. Und ich weiß, sechs Nuggets sind kein halbes Ingott. Und drei Nuggets sind auch kein halbes Ingott. Aber wie soll man denn neun durch zwei teilen, ohne halbe zu benutzen? Also im Endeffekt ist es wahrscheinlich doch ein halbes. Aber es ist halt schwer darzustellen. Ansonsten bräuchten sie dreieinhalb Nuggets. Und das wäre ein bisschen albern. Ähm, hat das jetzt funktioniert? Ja. Okay, da hat vielleicht Optifine ein bisschen zwischen, äh, ein bisschen mit, ein bisschen zwischengefunkt. Da hat man eben die Textur nicht gesehen. Aber gut, ist egal. Okay. Dann kann das weg und das weg. Und dann kann jetzt das restliche Aluminium Brass, was da drin ist, auch schon wieder raus. Denn mehr brauchen wir tatsächlich nicht. Und wir werden gleich einen ganzen, ähm, einen ganzen Block haben. Das ist natürlich wieder schön. Dann können wir das das nächste Mal einschmelzen. Ich könnte das natürlich auch da drin lassen. Aber irgendwie widerstrebt es mir, da Sachen drin zu lassen. Ich möchte jede Möglichkeit, dass sich etwas miteinander verbindet, was ich nicht will, verhindern, indem ich es alles immer raushole. So, da fehlt jetzt aber noch ein Aluminium. Wie wir da sehen. Okay, dann hätte ich vielleicht zwei gebraucht. Das sind jetzt trotzdem wieder Sachen, die muss ich einfach herausfinden. Wahrscheinlich hätte ich einfach zwei gebraucht. Wir tun halt noch eins rein. Tut auch nicht weh. So. Und dann holen wir hier den ganzen Block raus. Weil wenn wir jetzt einen Block haben, dann können wir ihn das nächste Mal wieder einschmelzen. Diesen Block, wenn wir ihn brauchen, oder einzelne Ingots. Dann brauchen wir kein neues Alloy machen, dann haben wir was auf Vorrat. Und dann brauche ich mich damit nicht nochmal abzumühen, dass es irgendwie nicht auf glatte Ingots hinhaut. Natürlich kann man auch einzelne Nuggets rausholen, aber das ist mir dann zu doof. Weil ich werde einzelne Nuggets nie einschmelzen. Ich will schon ganze Ingots einschmelzen. Und dafür muss ich hier auch auf ganze Ingots kommen. So. Gucken wir mal. Da haben wir jetzt eins. Und dann haben wir noch eins. Und das letzte war irgendwie wieder ein Dreineuntel oder so. Ja genau, ein Dreineuntel ist auch genauso viel wie ein Drittel. Na ja gut, okay. Also irgendwann wird es aufgehen. Problem ist halt immer, man bekommt aus einem Ohr gleich zwei Ingots. Und vielleicht überspringt es deshalb immer den Punkt, an dem es richtig ist. Aber nein, jetzt ging es wieder auf. Wir haben drei Aluminium Brass. Und dann haben wir vier Copper. Ist doch wunderbar. Geht doch alles auf. So. Man muss sich halt nur zu helfen wissen. Jetzt holen wir das Copper noch raus. Und eins. Und zwei. Und drei. Und das vierte. Ich muss das absichtlich mitzählen, damit ich nicht aus Versehen das Steal raushole. Weil das will ich ja nicht. Gut. Dann haben wir das. Das kann hier zurück. Und das holen wir da raus. Und dann können wir hier schon... Nein, nicht das Tough Binding. Das brauchen wir nämlich nicht. Aber die Tough Tool Rod können wir schon herstellen. Die kostet ja nur drei. Und das restliche, die beiden Large Plates und zwei... Ne, ein Hammerhead. Die können wir schon mal anfangen. Aber das wird natürlich noch nicht reichen. Weil jeder von denen braucht acht Ingots. Okay, gut. Mehr haben wir jetzt aktuell nicht. Und wir gehen jetzt los. Und werden... Vielleicht sollte ich die irgendwie... Irgendwie ein bisschen aufrüsten. Das wird wahrscheinlich mein letztes Set of Tools sein. Mein letztes Set of Tools. Donnerwetter. Ähm. Vielleicht sollte ich da ein bisschen Lepis und ein bisschen Redstone drauf geben. Machen wir einfach mal. Lepis habe ich nicht viel. Vielleicht auch ein Diamant. Mann, ich habe fünf Diamanten. Das war mir jetzt nicht bewusst. Okay, ich scheine aber nicht mehr zu haben. Redstone geht, glaube ich, gar nicht mehr als 50. Ohne einen zweiten Slot in Anspruch zu nehmen. Lepis haben wir nicht viel. Das habe ich, glaube ich, nur in irgendeiner Chest gefunden oder so. Ne, wir gucken mal. Äh, wir gucken mal da. Ja, das sind 50 tatsächlich. Ähm, dann werden wir mal kurz hier das alles zu Blöcken craften. So. Dann geht das ein bisschen schneller. So, dann kann man jetzt nämlich neun mit einem Mal draufsetzen. Und die Mining Speed wird erhöht. Von, äh, 10 auf 10,72. Wenn man dann wirklich 50 Redstone draufmacht, dann merkt man das schon. So. Da haben wir jetzt, ähm, schon über 50. Deshalb müssen wir mit den einzelnen Redstones weitermachen. So, 47, 48, 49, 50. Und wenn ich jetzt noch einen machen wollte, dann bräuchte ich einen neuen Modifier. Aber das ist nicht nötig. Wir haben jetzt ein Mining Speed von 14 und am Anfang hatten wir nur 10. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied. Wir haben noch zwei Modifier. Ich würde eigentlich ganz gerne Lepis nehmen für Glück. Dann bekommen wir aus, äh, Sachen wie, äh, Kohle und Diamanten, wo mehrere Sachen droppen können. Also kein Ohrdrop, was man weiterverarbeiten muss. Da bekommen wir dann mit einer gewissen Chance mehr als eins raus. Und das ist gerade in unserem Fall, wo wir gerade auf der Suche nach Kohle sind, eigentlich recht hilfreich. Okay, gut. Wir haben nicht so viel zu essen. Wäre vielleicht besser, wenn wir noch ein bisschen was mitnehmen. Irgendwas Nahrhaftes. Ich will nicht wieder mein ganzes Inventar voll haben mit, äh, mit verschiedener Nahrung. Ach toll, das kann ich doch gar nicht schmelzen, Mensch. Ich habe keine Kohle. Ähm, 37 Beef. Kann ich denn das in die Smattery packen? Ich glaube es ja fast nicht, aber... Warum eigentlich? Nee. Das wäre es doch mal flüssiges Fleisch. Das gibt es meiner Meinung nach von, äh, Mindfactory. Da wäre das, äh, soweit ich weiß, möglich. Naja, gut, komm, egal. Eigentlich sollte ich damit klarkommen. Nee, wir gehen jetzt hier runter. Wo ist meine Tür? Da. Ihr wusstet doch, ich werde jetzt jedes Mal suchen müssen. Das ist, äh, nicht so einfach, verdammt. Bis zum nächsten Mal.